Es war wirklich eine sehr schöne Erfahrung und ich bin wirklich froh, dass ich dabei war. Ich hoffe, es wird eine sehr schöne und unvergessliche Zeit und ich freue mich schon riesig. Es macht wirklich sehr viel Spaß und ich werde es auf jeden Fall weitermachen. Giselle Bündchen, weil sie wirklich ein schönes, natürliches Model ist und viel Erfolg hat. Ich bin Zahnarztassistentin und ich wollte das immer schon mal machen und es macht mir wirklich sehr viel Spaß. Ich liebe Frankreich und die Indel Corsica. Ich bin Single und mein Traummann müsste groß, humorvoll und treu sein. Bis zum nächsten Mal.